Das ganze Groovy, was du da machst hier. Ich weiß nicht, ob das auch mal so richtig im Tanzverstand ist. Ich glaube, gestern hat da noch ein paar Beaches da, also die Frage selbst für Jahre. Aber ich hätte gerne mal hier alle so ein bisschen move'n können. Ich habe letztens noch nach Falk gehabt und habe extra eigentlich für heute Abend eine Choreografie ausgeschickt vom Stil. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich was nach dem Ü übe und irgendwann hatte ich den Kopf. Aber ich glaube, dass ihr das rechte Schlitzes alle hingekommen wird. Bis dann zu Anfang noch von normalen Punkten her geht's los. Und alle müssen mitbekommen wollen. Das ist ganz wichtig. Recht und Recht. Ja. 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 Ja.